Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ist was Verrücktes passiert und zwar ist einem Zuschauer, Grüße gehen raus, ein Item gedroppt, was es so noch nicht im Spiel geben dürfte und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich den Titel genannt habe vom Video, weil ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das so zeigen darf, aber wieso auch nicht? Ich meine, es ist ein Game, es ist ja nicht meine Schuld, dass es gedroppt ist, aber ich will euch nicht zu sehr hypen, aber das ist etwas, was nicht im Game ist, was nicht im Loot Table ist, ein Unique Item ist und viel, viel, viel Raum zur Spekulation da lässt und vielleicht weiß der ein oder andere von euch aus dem World Wide Web etwas mehr als ich oder wir heute im Stream, weil wir konnten uns nicht so ganz erklären, wie das passieren kann. Und zwar gibt es ein Item, das heißt WIP, das heißt Work in Progress, auf Deutsch ist noch in Arbeit, Eye of the Depth, das ist also Auge der Tiefe und da seht ihr schon am Bild, das ist wie so ein Angelhaken mit einem Auge dran, also alleine das Aussehen von einem Item ist schon mal sehr, sehr cool. Das Ganze als Amulett, ich kann das auch tragen, ist ein Amulett für alle Klassen, also nicht nur für eine, sondern für alle Klassen und mit Bewegungsgeschwindigkeit, Crit Chance, Crit Schaden und Schaden gegen verwundbare Ziele. Das ist alles relativ Standard und sehr langweilig sogar, wenn ihr mich fragt und dann ein Sockel und der Effekt für das Unique Item ist TBD, das heißt To Be Discussed, bedeutet wird noch drüber gesprochen, wird noch eingefügt oder ähnliches. Und dann sehen wir unten noch eine Beschreibung des Items, auch wieder Work in Progress, Into the Water, Into the Sea. Jetzt kann man daraus richtig, richtig viel rauslesen. Erstmal noch im wichtigen Formatio, man kann das ganze Ding natürlich auch vollenden jetzt schon, also ich kann es auch anziehen tatsächlich, also ich kann es anziehen und auch nutzen, das ist gar kein Problem. Okay, aber sonst war es das auch und wir haben eigentlich nur zwei Hinweise bei dem Item, einmal natürlich das Aussehen, ein Angelhaken mit einem Auge, was mit dem Auge natürlich super duper ins Diablo Universum passt und Into the Water, Into the Sea. Und ich würde behaupten, wenn ihr mich fragt, sieht das aus wie ein Item entweder von dem nächsten Season Thema, wobei die letzten Items und Unix, die reingekommen sind, nie was mit einem Season Thema zu tun hatten. In Season 1 nicht, mit den Herzen gab es kein Item für, in Season 2 nicht gab es kein Item für und auch in Season 3 gab es keine Items für irgendwelche, also die auf die Season quasi aufbauen. Es gab nur im Nachhinein Items, das kennt ihr selber mit den Ringen zum Beispiel oder den Aspekten von Season 2, die dann darauf aufgebaut haben. Ich habe mehrere Theorien zu diesem Item, entweder es ist ein Item für die nächste Season oder es ist ein Item für die DLC. Ich weiß nicht in welcher Form, weil das passt eigentlich nicht ins DLC Thema. Ich weiß nur, dass am Ende der Story ist ja das Mädchen mit Mephisto mit einem Boot weggefahren. Ob das da thematisch reinpasst, weiß ich nicht. Oder damit hat es gar nichts zu tun und das sollte eigentlich mal mit ins Spiel kommen, hat es aber nicht geschafft. Wir wissen auch, das hier ist kein Uber-Unic, weil keine Max Rolls. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, wenn ihr mich fragt. Und ich bin ultra gespannt, ich werde dieses Video mir in meinem Kopf behalten. Am 18. Mai nehme ich das auf, wann wir dieses Item vielleicht dann öffentlich im Spiel wiedersehen. Ob es zu Season 5 ist, ob es zu Season 6 ist mit dem DLC. Ich bin extrem, extrem gespannt, was es hiermit auf sich hat. Schreibt mal gerne eure wildesten Theorien zu diesem Item unten in die Kommentare. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da für Theorien habt. Hat der ein oder andere von euch das vielleicht auch schon gefunden? Für diejenigen, die das vielleicht auch finden wollen. Mir wurde gesagt, das hat eine Leiche fallen gelassen in der Höllenflut. Aber wo genau, weiß ich auch nicht. Also, sehr, 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 sehr spannend, das Ganze. Soll ich dazu nochmal irgendwas Spannendes herausfinden, dann würde ich das nochmal auf YouTube oder auf Discord mit euch teilen. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne mal den Kanal abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Gerne Twitch abchecken, da bin ich natürlich auch aktuell live. Oder einfach ein Like auf dem Video lassen, da freut ihr sich natürlich auch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.